Dann haben wir jetzt gleich Michael Heiberg im Spiel, der es wieder mal versuchen wird. Nach etwas schwächeren 223 Metern. Sauber. Und dann kommt auch wieder das Planitzerlied, das hören Sie im Hintergrund. Auch ein Teil dieses Kults, dass diese Melodie bei großen Weiten eingespielt wird. 237 Meter, so weit war noch keiner jetzt im zweiten Durchgang. Jetzt da, schaut mal, die Bindung arbeitet. Jetzt geht sie erst auf. Noch nicht, noch einmal, jetzt greift er aus der Ski. Jetzt kriegt er erst Luft unter dem Vorder-Ski. Aber er ist schon auf sehr starken Schwerpunkt unterwegs, hat eine gute Höhe mitgenommen. Und jetzt schauen wir den Delemark an. Gut. Ja, wenn er links mit dem Ski etwas verkantet, um Führung zu haben, um sicherer zu sein, das ist auch kein Kriterium für die Bewertung. Der Ski soll nach Möglichkeit flach und plan aufgesetzt werden. So, aber jetzt kommt der Überraschungsmann nach dem ersten Durchgang. Überhaupt der Überraschungsmann im Skifliegen der letzten Tage aus Italien. Alex Insam.